Der Wonnemonat Mai steht vor der Tür und mit ihm vielerorts auch die Tradition des Maibaumstellens, wie hier in Pfullingen. Dieses Jahr jedoch werden viele Marktplätze ohne den buntgeschmückten Baum auskommen müssen. Denn um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, haben viele Städte in der Region, darunter auch Pfullingen und Metzingen, sich entschieden, sowohl das Maibaumstellen als auch die dazugehörigen lokalen Feierlichkeiten abzusagen.